Wo fahrt ihr am meisten Angst? Vor Krieg und Regen. Vor Regen? Dann, dann, dann. Vor Gewitter. Nachts allein im Wald. Das ist gut. Was liebst du? Meine Familie. Und deine Familie ist mein Leben. Was hast du mit deinen Hosentaschen? Ich hab keine. Ja, das ist gut. Nichts. Ganz einfache Sache. Handy? Schlüssel? Warte mal, nee. Das braucht man. Alles, was wir brauchen. Das machen wir jetzt einfach. So.